Pietro Lombardi und Verlobte Laura enthüllen ihr Traumhaus ein Blick in ihre neue Heimat. Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura präsentieren stolz ihr neues Zuhause, das die beiden liebevoll als absolute Baustelle bezeichnen. Auf Instagram teilt Laura regelmäßig Einblicke in die Renovierungsarbeiten und die Fortschritte, die das Paar macht, um ihr gemeinsames Heim zu einem gemütlichen und schönen Ort zu machen. Die beiden haben sichtlich Spaß dabei, ihr Zuhause nach ihren Vorstellungen zu gestalten und setzen dabei auf eine moderne und stilvolle Einrichtung. Pietro und Laura geben sich große Mühe, jedes Detail zu planen und umzusetzen, um ihr Zuhause zu einem Ort der Entspannung und des Wohlfühlens zu machen. Fans und Follower können gespannt sein, wie sich die absolute Baustelle von Pietro und Laura weiterentwickelt und wie das Endergebnis aussehen wird. Es ist offensichtlich, dass die beiden viel Liebe und Leidenschaft in ihr Zuhause stecken und es zu einem Ort machen möchten, an dem sie sich rundum wohlfühlen können. avw. Vielen Dank. Vielen Dank.